TSE TanzTV So, herzlich willkommen! Damit euch nicht langweilig wird, heute wieder eine neue Folge vom TSE TanzTV. Heute mit einer schönen neuen Jive-Figur. Wir zeigen sie euch mal. Wir fangen an in Tanzhaltung. Tanzen zunächst einen kompletten Grundschritt. Rück, Platz, Wechsel, Schritt, Wechsel, Schritt. Wir beide einen großzüiden Schritt rückwärts und über Kreuz. Rück, gehen zur Seite, Seit. Jetzt gehen wir vorwärts und über Kreuz, Vor und wieder zur Seite, Seit. Das waren vier Schritte. Jetzt tanzen wir wieder einen Rück, Platz. Rück, Platz. Den gewohnten Wechselschritt aus dem Grundschritt. Wechsel, Schritt. Und jetzt, anders als im normalen Grundschritt, setzen wir einen weiteren Wechselschritt vorwärts und über Kreuz. Also durch das Paar. Wechsel, Schritt. Und noch einen dritten Wechselschritt, wieder wieder und seitwärts. Wechsel, Schritt. Jetzt hat er den rechten Fuß frei und den linken Fuß. Wir tanzen insgesamt vier Kicks. Kick bedeutet, wir hängen den Oberschenkel an und schwingen den Unterschenkel aus. Er schießt jetzt mit Gewicht die Füße. Sie geht ein winzig kleines Stück seitwärts und dreht dabei eine Vierteldrehung nach links. Schritt. Sie tanzen jetzt auf der anderen Seite des Haarmen vielleicht mit dem Kick. Eher wie gewohnt in die alte Richtung. Diesmal nur mit dem anderen Fuß. Das heißt, er mit dem linken, die Daumen zum rechten Fuß. Und Kick. Er schließt wieder. Sie geht kein Seitwärts und dreht dabei eine Viertel nach rechts. Schließen. Wieder einen Kick. Wieder für die lange Drehung. Er schließt. Und den letzten Kick. Er schließt wieder. Und sie setzt wieder ihren Seitwärtsschritt mit Drehung. Jetzt setzen wir einen betonten Schritt durch das Paar. Er mit rechts, sie mit links. Den tanzen wir dann auf einen Schlag. Eins haben wir diesen Schritt gesetzt. Machen dort zwei Schläge Pause zählen. Also auf dem Schritt eins. Zwei, drei zählen wir im Sinn. Und dann tanzen wir ein dezentes Rückplatz. Jetzt führen wir die Dame wieder in unsere seitliche Position mit einem Wechselschritt. Wechselschritt. Um sie wieder in die Tanzhaltung vor uns zu bekommen, tanzen wir wieder einen Rückplatz und drehen sie zurück. Rückplatz. Wechselschritt. Tanzhaltung. Und hab's geschafft. Jetzt zeigen wir euch das Ganze nochmal aus dieser Perspektive. Und zwar. Grundschritt. Wechselschritt. Wechselschritt. Vier Schritte. Rück. Seit. Vor. Seit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Rückplatz. Und drei Wechselschritte. Rück. Platz. Erster. Zweiter. Dritter. Vier Kicks. Die Dame wechselt immer die Seite. Er kickt viermal in die gleiche Richtung. Nur jeweils mit dem anderen Fuß. Eins. Schließ. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Und. Der betonte Schritt. Eins. Zwei. Drei. Im Sinn. Und. Rück. Platz. Dann. Wechselschritt. Wechselschritt. Rück. Platz. Wechselschritt. Wechselschritt. Jetzt zeigen wir euch das Ganze nochmal mit schön langsamer Musik. Kick. Fünf. Sechs. Eben. Und. Rück. Platz. Wechselschritt. 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 Kick. Kick. Und. Kick. Und. Eins. Zwei. Drei. Rücken. Platz. Wechselschritt. Wechselschritt. Rück. Platz. Wechselschritt. Wechselschritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017